Und wir lassen ein Like für Mappi da, völlig klar. Und gehen rein, Bobic fristlos gekündigt, Rechtsstreit? Oh, in so einer bald fit? Habe ich gar nicht mitbekommen, wurde darüber mal was Neues berichtet? Der wird ja gefühlt ignoriert hier. Alagui wird Teammanager. Oh, da habe ich in meinen Kommentaren auch schon gesehen. Ich hatte das jetzt gar nicht so negativ auf dem Schirm, weil wir haben ja einen Teammanager verloren, beziehungsweise entlassen oder erst mal freigestellt mit Thomas Westphal. Da dachte ich, ist ja nicht schlimm, wenn wir einen neuen holen. Aber das habt ihr in den Kommentaren deutlich kritischer gesehen, muss ich sagen. Dann schauen wir mal rein, was der Mappi dazu zu sagen hat. Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha B-Szene. Das ist völlig ungewohnt, Mappi so schnell hier zu hören. Da kann ich mich gar nicht mehr mit anfreunden. Es gibt wieder einiges rund um unsere Hertha zu besprechen. Und zwar zum einen möchte ich über Friedi Bobic sprechen. Denn Friedi Bobic, ja, da gibt es die ein oder andere interessante Video. Ich möchte ein bisschen über unsere Verletzten sprechen. Vielleicht kehrt bald ein Langzeitverletzer zurück. Und ich möchte ein bisschen über Samia Lagui sprechen. Denn er... Ich muss jetzt immer so dran denken, wie sich das anhören würde auf 0,5 Geschwindigkeit. Daran muss ich jetzt immer denken bei Mappi. Das ist unser neuer Teammanager. Und ich würde sagen, verliert er... Neuer Teammanager. ...zure Zeit und sprechen wir sofort über die erste Thematik. Und zwar geht es um Friedi Bobic. Friedi Bobic, wir wissen es, wir haben ihn am 28. Was hat der denn hier vorne für eine wilde Locke? Fand er Lagui eigentlich sehr sympathisch. Und der hat sich immer klar zu Hertha bekannt. Ich habe nur als letztes im Kopf gehabt, dass der doch irgendwann mal bei Lena in dieser Pre... Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Pre-Match-Show war. Und da fand ich ihn eigentlich auch gut reflektiert und sympathisch. ...eine Nummer gekündigt. Und Grund dafür war nicht nur das Dolby, was wir verloren haben, sondern Kai Bernstein sagte, es ist wohl überlegt. Friedi Bobic, wir waren hier bei Hertha BSC nicht mit seiner Arbeit zufrieden. Und ganz im Ernst, ich verstehe, dass man sich von ihm getrennt hat. Wir haben viel Geld mit Bobic eingenommen, keine Frage. Er hat viele Spieler verkauft und hat unseren Kader umgekrempelt. Aber die sportlichen Erfolge, die fehlen komplett. Und die Transfers waren halt eben doch einfach fragwürdig. Vor allem der letzte Sommer und der letzte Winter. Was sagt eigentlich... Was sagt Meppi mittlerweile eigentlich zu Tolga? Zu Holger Cigertschi. Er meinte ja, eigentlich muss Benni Weber langsam... Weiß man nicht, ob man ihm noch vertrauen kann. Das hätte uns fast komplett in die zweite Liga geschossen. Weil dort keine gute... Dachte es, Zecke ist eine Aufgabe, für was noch einen jetzt... Wir können uns ja auch das gleich mal durchlesen, was Hertha da gepostet hat, habe ich mir noch gar nicht durchgelesen. Ich weiß sowieso nicht so genau, was jetzt... Ganz herzlich dein... Ich glaube, wir haben drei Teammanager. Ich weiß sowieso nicht genau, was der Aufgabenbereich von einem Teammanager ist. Zecke ist ja auf der Ebene von Leiter. Von einem Leiter. Der ist auf der Leiter. Der ist auf der Ebene eines Leiters. Und er ist jetzt die Rolle, die vorher Thomas Westphal gemacht hat. Ich kann das nicht so ganz abgrenzen von außen betrachtet, muss ich ehrlich sagen. Könnte er ja vielleicht mal beschreiben. Es würde mich schon zufriedenstellen, dass wenn er in einem Interview sitzt und mal beschreibt, was genau sich abgrenzt bei ihm und Zecke. Wenn ich dann am Ende wissender rausgehe, als nach dem Interview mit Thomas Breucht. Ich weiß nämlich bis heute noch nicht richtig, was der macht. Steve McQueen. Danke für das Stufe 1-Abo. 13. Monat am Start. Urlaubsgrüße aus dem wunderschönen Sandwort. Richtig ausgesprochen? Sandwort? Sandwort. Sandwort. Grüße gehen raus, mein Lieber. Mäppi und die Jungs. Ich wäre dafür, dass wir auch Thomas Kraft einbinden. Der könnte die Kommunikation zwischen den Torhütern und dem Torwarttrainer unterstützen. Ich hatte schon ein paar gesagt, ich würde noch Václav Sverkosch einstellen und zwar als Co-Stürmertrainer, damit endlich mal einer Ibizevic unter die Arme greift. Ich weiß sowieso nicht, wie er das alleine alles hinkriegt. Arbeit geleistet wurde. So viel muss man anerkennen. Ich finde, wie gesagt, die Arbeit von Fredi Bobic war vor allen Dingen im allerersten Jahr, wo er für uns gearbeitet hat, eine Katastrophe. Unser Kader war teilweise nicht bundesligatauglich. Auf vielen Positionen hat man sich an den Kopf gefasst, weil wir einfach nicht gut aufgestellt waren. Zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr auf den Flügelpositionen Maoli da und Richter. Mehr nicht. In Sona und Lee ziehe ich einfach nicht, weil beide einfach eine Katastrophe waren. Es waren Transfers, die nicht eingeschlagen sind. Transfers für viel zu viel Geld. Für einen Suat Serdar 8 Millionen, für einen Richter 7 Millionen. Ist halt eben jetzt, wenn wir uns diese Leistung anschauen, nicht gerechtfertigt. Und im Gegenzug viele Talente verscherbelt, losgewonnen. Und das ist halt insgesamt ein Fazit, was man ziehen muss, dass die aktuelle sportliche Lage auch von Fredi Bobic mitentscheidend mitbestimmt wurde. Dass man sich daher von ihm... Das war vor allem schädigend. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und das hat nicht nur was mit diesem Derby zu tun. Auch eben die komplette Situation, dass er jetzt im Winter keine weiteren Transfers mehr tätigen wollte, wo man da ja nicht ganz weiß, wie klar die Situation ist. Das ist halt eben auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor. Die BILD und der RBB berichtet, dass wohl Hertha BSC, Fredi Bobic, eine fristlose Kündigung zukommen lassen hat. Das wird jetzt recht interessant. Das würde ich mir gerade so gerne auf halber Geschwindigkeit angucken, aber es wird zu halber, wenn wir das jetzt jedes Mal machen. Das könnte in einer Schlammschacht und vielleicht auch vor Gericht enden. Das heißt, die Sache ist jetzt... Diese Fanfarenmusik im Hintergrund. Das könnte in einer Schlammschacht enden. Im Hintergrund so... In einer Schlammschacht und vielleicht auch vor Gericht enden. Das heißt, die Sache ist jetzt eine Sache von Anwälten. Anwälte müssen sich jetzt darum kümmern. Denn es wird wahrscheinlich eine gerichtliche Auseinandersetzung drohen. Es ist halt eben so, die Bosse von Hertha BSC, die, die ihn auch schließlich entlassen haben, werfen Fredi Bobic vereinsschädigsten Verhaltens vor. Boah, das hört sich doch so geil an. Auf halber Geschwindigkeit. Die, die sie entlassen haben, werfen Fredi Bobic vereinsschädigsten Verhaltens vor. Das heißt, dass Fredi Bobic den Verein geschickt hat. Mario, grüß dich. Ich wollte euch mal fragen, ob du schon die Kolumne von Berliner Kurie gelesen hast. Das wird über Hertha und Bobic sowie über alle Abstiege der Vergangenheit angesehen und erstaunliche Parallelen gezogen. Ui, 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 ui. Der Berliner Kurier, ja? Ne, hab ich noch nicht gesehen. Genau, eine Schwammschlacht. Kennst du das nicht? Und dabei beziehen sich vor allen Dingen auf ein Interview. Könnt ihr euch auch noch erinnern? Wir haben das Derby 2-0 verloren. Fredi Bobic stellt sich da ins Interview hin und sagt, wenn du noch einmal fragst, kriegst du eine gescheuert. Ich glaube, das hat er... Sehr gute Bobic-Imitation. ...antwortet auf eine Frage, ob Sano Schwarz noch der richtige Trainer für Hertha BSC ist und ob man sich so langsam die Trainerfrage stellt. Ja, Fredi Bobic hat sich dafür entschuldigt, aber das ist dieses vereinsschädigende Verhalten, was jetzt so ein bisschen vorgeschoben wird. Ja, meine... Das so ein bisschen vorgeschoben wird, dieser kritische Blick gerade von Meppi, oder? Ja, nach. Ich habe übrigens Meppi gefragt, ob wir bald mal wieder einen Talk machen wollen. Das werden wir bald machen, dann mal wieder einen Talk hier zusammen. Ist das schon etwas dreckig? Bin ich ganz ehrlich so ein bisschen etwas vor... Oh, dreckige Geschäfte? Sag es, Meppi. Sag es. Ist das schon etwas dreckig? Bin ich ganz ehrlich so ein bisschen etwas vorschieben? Sagen wir mal ganz ehrlich, hätte Fredi Bobic das gesagt und hätte hier eine gute Arbeit geleistet, dann wäre es sicherlich nicht zu einer fristlosen Kündigung gekommen. Sicherlich nicht. Und ich denke mal, es ist ganz klar, dass diese Kündigung mit finanziellen Motiven zusammenhängt. Zum einen, der Vertrag von Fredi Bobic hätte sich ja verlängert, so viel steht fest. Ich glaube, er hätte sich ein, zwei Wochen später bis zum Jahr 2026 verlängert. Ursprünglich, die war ja nur bis zum Jahr 2024. Und durch die Freistellung hat Hertha BSC verhindert, dass sich der Vertrag... Ich glaube durch die... Also weiß man nicht. Kann sein, dass es auch durch die Freistellung der Fall ist. Würde mich wundern. Ich glaube, manche hatten ja auch berichtet, dass diese Klausel erst im März oder im April gezogen werden kann. Nichts Genaues weiß man nicht. Wir wissen halt... Diese Themen sind halt irgendwie immer schwierig. Ich meine, Transferthemen wissen wir auch nicht, sind nur Gerüchte. Aber da kann man einfach für sich spekulieren. Hier weißt du ja gar nichts. Weil selbst die fristlose Kündigung ist ja von Hertha noch gar nicht bestätigt. Wird wahrscheinlich so sein, wenn es jetzt so viele Medien berichten. Aber es ist halt mega schwer zu spekulieren, weil es ja um Vertragsdetails geht oder explizit darum geht, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden, die wir einfach gar nicht nachvollziehen können. Bei sportlichen Entscheidungen kann man dann immer noch sagen, ja der hat einfach nicht performt oder so. Aber das jetzt ist halt wirklich todesschwer nachzuvollziehen für uns. Was vorhin ein Anwalt in die Kommentare geschrieben hat, habe ich auch schon für schlüssig gehalten. Bin ich aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video über Bobic aufgenommen habe, noch gar nicht drauf gekommen. Es kann... Also eine Sache bin ich schon drauf gekommen. Habe ich dann aber vergessen zu sagen, weil ich so viel mir aufgeschrieben hatte. Und zwar kann es auch sein, dass man einfach dafür sorgen will, dass es vielleicht vor Gericht geht mit dieser fristlosen Kündigung und das vor Gericht ein Vergleich erzielt wird. Und ein Vergleich könnte dann im Beispiel vielleicht deutlich billiger ausfallen als eine eigentliche Abfindung, wenn man sich außergerichtlich einigt. Weil man da halt sieht, er hätte jetzt noch zwei Jahre vier Millionen verdient. Dieses halbe Jahr hätte er noch von seinen drei Millionen... Ne, anderthalb Jahre hätte er noch von seinen drei Millionen Gehalt verdient. Und dann wäre es wahrscheinlich viel teurer geworden. Noch ein anderer Punkt, der sehr interessant ist, den dieser Anwalt da reingeschrieben hat. Und das kann ich mir eigentlich als essentielle Begründung vorstellen für diese... Das ist für mich eigentlich schlüssig, auch wenn das jetzt auch wieder nur ins Blaue hinein wie ein Tauchverein ist. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das gemacht wurde, damit Fredi Bobic unter Zugzwang ist. Weil nach der fristlosen Kündigung, meiner Auffassung nach, dürfte ja nicht weiter Gehalt gezahlt werden. Wenn du ihn aber nur freigestellt hast, zahlst du ja weiter Gehalt. So, und wenn du dich dann mit ihm einigen willst und kommst nicht zur Einigung, zahlst du die ganze Zeit weiter. Immer wenn du sagst, ja, wir wollen gerne deinen Vertrag auflösen, hier, wir bieten dir irgendwie 1,5 Millionen. Er sagt aber, er will vier. Dann zieht sich das hin und du zahlst immer weiter Gehalt. Es zieht sich immer weiter hin und du zahlst immer weiter Gehalt, solange bist du euch einigst. Durch diese fristlose Kündigung müsstest du meiner Meinung nach erstmal... Oder wird wahrscheinlich erstmal kein Gehalt mehr gezahlt. Und dann wird Bobic halt auch dazu angetrieben, rechtlich dagegen vorzugehen, um das alles ein bisschen zu beschleunigen. Das war der Hinweis von dem Anwalt, wenn der wirklich Anwalt ist, aber es hat alles sehr schlüssig geklungen, wie er es aufgedröselt hat. Das macht für mich eigentlich am meisten Sinn, dass man es deshalb diese Karte gezogen hat. Und das fände ich dann eigentlich ziemlich smart, muss ich sagen. Das wäre dann, wenn es diese Bewegrunde hätte, ein smarter Move. Wie seht ihr das? Das kostet nur unnötig Geld. Kann Bernstein nicht vorher einen Anwalt fragen, der ihm verklickert, dass das nichts bringt außer Gerichtskosten? Das ist maximal ein Abmahnungsgrund. Sieht man bei Jahrstein, dass es keinen Erfolg hat? Sieht so unsere neue Abschiedskultur aus. Ich glaube, du hast mein neues Video noch nicht gesehen. Wir haben... Was wollte ich jetzt dazu sagen? Achso, mit den Anwälten. Ich bin mir sicher, dass er das von Anwälten prüfen lassen hat und dass ihm Anwälte sowas vorgeschlagen haben. Und ich konnte es halt nicht so richtig mir vorstellen, was jetzt der größte Beweggrund ist. Ich bin ja kein Arbeitsrechtler, aber das wird der Grund gewesen sein. Du kannst es einfach nicht mit Jahrstein vergleichen, weil Jahrstein ist ein normaler Arbeitnehmer. Fredi Bobic ist Geschäftsführer. Und da greifen halt andere Mechanismen. Als Leitender Angestellter bist du viel, viel leichter zu entlassen. Da sind die triftigen Gründe einfacher zu finden. Da brauchst du nicht zwangsläufig immer mit drei Abmahnungen handeln. Und diese Abmahnungen können auch durch andere Sachen entstehen. Wenn Jahrstein als Arbeitnehmer sowas macht, ist es viel schwieriger, vor Gericht sowas durchzukriegen. Aber auch da ist ja der Ausgang noch offen. Aber da glaube ich, wird Jahrstein gewinnen. Zu der zweiten Sache, die du geschrieben hast. Aber muss man sowas auf diesem Weg machen? Sowas gehört sich nicht. Trennung und gut ist und nicht so assi nachtreten. Ja, das ist die Frage. Das kann sich jetzt jeder stellen, ob man das so machen muss. Aus wirtschaftlicher Komponente, aus härter Sicht, muss man es vielleicht so machen. Wenn der sagt, er will hier irgendwie vier Millionen rausballern und wir können uns das einfach nicht leisten. Dann ist es ja fast schon verantwortungslos, nicht irgendwelche rechtlichen Schritte einzuleiten. Egal wie moralisch man das jetzt schlecht findet. Aber aus Sicht des Vereins, aus finanzieller Sicht, muss man das wahrscheinlich machen. Ich glaube, Thomas Herrig ist auch sogar Anwalt. Der hatte irgendwas erzählt, dass er irgendwie in irgendeiner Rechtsanwaltskammer noch ist. Vielleicht hat der das auch beraten. Auch geil, seinen ehemaligen Kollegen, wie wir den am besten rauskriegen. Das wäre auch so böse, ey. Aber kann ich natürlich verstehen. Ich finde sowas auch nicht geil. Aber so funktioniert halt die Welt, vor allem, wenn es um viel Geld geht. Also meinst du, wie das ein Unternehmen ist? Da geht es um viel weniger Geld bei Arbeitnehmern und da wird genauso gehandelt. Bei irgendwelchen leitenden Angestellten, die vielleicht 150.000 im Jahr verdienen. Da wird dann, weil die zu teuer werden, weil die immer wieder Gehaltserhöhungen vielleicht haben oder sich auch mal quer stellen. Da wird genauso gehandelt, wenn die 60 Jahre alt sind. Schön finde ich es nicht, dass es so in der Welt läuft. Aber so ist nun mal das Gesetz. Jahrstein hat intern einen anderen Angestellten beleidigt. Bobic hat als hochrangiger Repräsentant öffentlich vor laufender Kamera Gewalt angedroht. Das ist ein Unterschied, aber der größere Unterschied ist noch, dass Jahrstein ein Arbeitnehmer ist. Das ist der größere Unterschied. Sucht mir mal, es ist generell fast unmöglich, jemanden fristlos zu kündigen, wenn der Arbeitnehmer ist. Und er ist recht, wenn da nicht drei Abmahnungen vorliegen. Also das ist fast unmöglich. Dieser Unterschied besteht natürlich auch noch mit Gewaltandrohungen. Wobei ich da immer sagen muss, aber wie gesagt, das ist halt keine Recht, habe ich ja in meinem Video auch schon gesagt, das ist meine persönliche Ansicht, das ist keine rechtliche Ansicht. Für mich ist es lächerlich davon, Gewaltandrohungen zu sprechen. Kein Mensch würde sagen, dass er Angst davor hat, dass Bobic ihn gewalttätig angreift, weil er sagt, er scheuert ja eine, nachdem er emotional und geladen war. Was auch nicht smart ist von dem Manager, muss man einfach so sagen, ist völlig dumm. Aber mir da meine Meinung von Gewaltandrohungen zu sprechen, finde ich lächerlich. Aber gesetzlich ist es so, rechtlich gesehen. Ja, ja. Ja, Herr Rich ist Jurist. Ja, hat er, glaube ich, auch bei Hertha im Austausch, hatte da auch irgendeiner eine Frage. Ist das nicht mega image-schädigend für Hertha BSC, wenn der Manager einem Reporter vor laufender Kamera Gewaltandrohung? Natürlich ist es image-schädigend, darauf werden wir ja jetzt gehen. Ob es jetzt so schlimm ist, ist die nächste Frage. Bobic ist auch Arbeitnehmer, Bobic ist aber kein Arbeitnehmer, der ist leitender Angestellter in einer Gesellschaft. Das ist ein Unterschied, ob du leitender Angestellter bist. Da greift kein normales Kündigungsschutzgesetz und da gelten andere Maßstäbe. Hatte ich heute in meinem Video auch nochmal aufgezählt, weil du da auch repräsentative Zwecke erfüllst. Das ist auch ein Unterschied, ob ein Arbeitnehmer, ja, ob ein Arbeitnehmer, keine Ahnung, was für einen Scheiß baut. Da musst du halt erstmal abmahnen. Das ist bei einem Geschäftsführer nicht so. Vor allem kannst du bei einem Geschäftsführer, das geht nämlich beim Arbeitnehmer auch gar nicht so einfach, den kannst du auch einfach freistellen von seinen Aufgaben. Aber noch ist ja Bobic, oder war er leitender Angestellter, stimmt, die Kündigung kam, ja. Eins kann man sagen, als Zertaner wird einem nie langweilig, gibt regelmäßig große News. Ja gut, aber auf so eine News kann man glaube ich verzichten, wenn man gerade 4-1 gewonnen hat. Bobic ist kein leitender Angestellter, er ist Geschäftsführer, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, sorry, ich will jetzt nicht, kann sein, dass ich da die Begrifflichkeiten teilweise durcheinander bringe, wir reden von Geschäftsführern. Geschäftsführer ist kein normaler Arbeitnehmer. Und das könnt ihr auch ganz schnell nachlesen. Ich weiß gar nicht, wo war ein Bobic angestellt? Ist der dann beim Verein angestellt? Beim e.V.? Oder ist Bobic bei der KGAA angestellt gewesen? Ich google mal kurz. Ach nee, der ist Geschäftsführer der Verwaltung GmbH. Ach, das ist so ein Konstrukt. Alter, dann fragt ein Arbeitsrecht, gleich weiß es nicht. Er ist Geschäftsführer der Hertha BSC Verwaltungs GmbH gewesen. und Geschäftsführer der Hertha BSC Transfer GmbH und Co. KG. Und bei der Verwaltungs GmbH ist, glaube ich, der Gesellschafter der eingetragene Verein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken auf dem. Ja, ich glaube, er ist, ich glaube, der Gesellschafter ist der e.V. Raus aus meinem Verein. Es gibt einfach keine pauschalen Aussagen. Ich arbeite im Personalbereich und jeder Einzelfall muss von Anwälten geprüft werden. Ja, außerdem wissen wir viel zu wenig. Du kannst von außen, bei Jahrstein kann man schon sagen, wenn der einfach ihn nur beleidigt hat, wird es wahrscheinlich nicht reichen ohne Abmahnung. Also würde mich sehr wundern. Aber bei einem Geschäftsführer, ey, was da alles mit reinspielen kann, dieses ganze Konstrukt, wie der Verein aufgebaut ist und so weiter, da wissen wir einfach zu wenig. Und wie gesagt, das kann natürlich auch noch sein, das wissen wir ja nicht. Es kann natürlich auch sein, dass schon während seiner Amtszeit auch gegen ihn gesammelt wurde. Wer weiß, wenn er sowas öffentlich sagt, was er intern schon alles gemacht hat. Das kann natürlich auch sein. Also es ist sehr, sehr spekulativ alles. Er hat noch um zwei Jahre verlängert. Das heißt, wir haben in diesem Fall ein bisschen Geld gespart. Fredi Bobic verdient pro Jahr bei uns drei Millionen Euro. Das ist übrigens mehr als ein Großteil unserer Spieler. Ich glaube, nur zwei, drei Spieler liegen da so knapp in diesem Bereich. Und angemessen der aktuellen Arbeit ist das auch wieder viel zu viel Kohle, wie er verdient hat. Und ja, das wird wahrscheinlich in einem Gerichtsstreit enden. Man muss natürlich so den Blick drauf werfen, ob der Grund der fristlosen Kündigung gerechtfert ist, ob das wirklich vereinsschädendes Verhalten war. Bobic muss jetzt auch aufpassen, dass er nicht zu sehr unbeliebt macht für zukünftige Arbeitgebern. Ja, wie seht ihr das denn? Glaubt ihr, Bobic wird jetzt mit Kusshand noch überall genommen? Man kann ja auch sagen, andersrum ist es vielleicht auch schlecht für unser Image, dass wir jetzt da das in so einem Stil wie Goldman gesagt haben, wenn man es jetzt wie Goldman sieht, dass wir das in so einem Stil lösen wollen und nicht hinter den Kulissen mit einer Einigung über die Bühne bringen. Ich weiß es nicht. Aber Bobic, ja, Stuttgart hat da nicht funktioniert, Frankfurt ist da vorzeitig gegangen. Während er bei Hertha war, wurde mit einem Wechsel zum DFB kokettiert. Jetzt wurde er hier rausgeschmissen, weil er es nicht geschafft hat. Ich weiß jetzt nicht, wer als nächstes unbedingt einen Fredi Bobic verpflichten will, vor allem bei den Gehaltsvorstellungen, die der hat. Vielleicht macht er jetzt auch erstmal nichts. oder das ist Taktik, dass man sich vor Gericht auf eine Ablöse einigt und bei 50 Prozent, ja, das habe ich auch am Anfang gesagt. Vielleicht will man es darauf ankommen lassen und hofft, dass der Richter dann zu einem Vergleich kommt oder so. Ich glaube aber eher irgendwie diese Sache, die der eine Anwalt reingeschrieben hat, dass es Taktik ist, um ein bisschen Zeitdruck reinzubringen. Das klingt für mich am plausibelsten. Ein, zwei Jahre Gras drüber wachsen lassen und dann wird er schon wieder einen Job kriegen. Aber zu dem Gehalt vielleicht nicht. Das hat doch Bobic selbst der Bild gesteckt. Wir wissen es nicht. Aber komisch, seit Bobic draußen ist, wie viele interne Informationen auf einmal wieder bei der Bild sind, oder? Das war schon eine Zeit lang mal ruhiger, würde ich mal behaupten. Vielleicht ist intern wirklich was passiert. Wer weiß, was seine Gründe sind für den Rücktritt aus der DFL. wie gesagt, wir wissen nichts. Es ist alles rein spekulativ. Alles rein spekulativ. Wir wissen, glaube ich, nur, auch wenn das auch nicht bestätigt wurde von Hertha, dass es diese fristlose Kündigung gab, weil sonst würden nicht so viele Medien übereinstimmend darüber berichten. Also da wird schon was dran sein. Natürlich jetzt auch davon ab, wie viel Geld wir Bobic eine Abfindung bezahlen müssen. Momentan sieht es wohl so aus, dass wir eine Abfindung im sechsstelligen Rahmen bezahlt haben. Das heißt, irgendwie so bis hin zu einer Million Euro im sechsstelligen Rahmen halt. Das glaube ich nicht. Das hat ja die Bild geschrieben, dass die Abfindung sich im Rahmen bewegen würde von rund, also von unter einer Million. Wobei, natürlich, wir haben ihn ja die Abfindung, die ihm zustehen würde. Noch ist ja die Vertragsverlängerungsoption wahrscheinlich nicht gezogen, das wissen wir ja auch nicht. Nach England, jetzt, 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 jetzt. Das wissen wir ja auch nicht, ob die Verlängerungsoption in Kraft getreten ist, während er in der Beurlaubung ist oder eben nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Dann hätte er noch anderthalb Jahre Vertrag, würde noch rund viereinhalb Millionen bis fünf Millionen verdienen. Da ist eigentlich unter einer Million, wäre für mich ungewöhnlich wenig für eine Vertragsauflösung. Aber gut, vielleicht stimmt es auch, was die BILD sagt. Und das könnte sich natürlich auch nochmal erhöhen, beziehungsweise wie die Gehaltskosten weiter getragen werden, je nachdem, ob die fristlose Kündigung gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr dreckiger Weg, also so ein bisschen ein Grundvorschieben, der halt einfach für mich nicht gerade relevant ist. Ich finde, ich finde es auch nicht so wirklich relevant, aber ja, der, der sich rechtlich durchsetzt, hat halt in Deutschland recht. Das würde mich mal interessieren, ich mache mal eine Umfrage, ich glaube, ich hatte das damals schon gefragt, würde mich einfach nur mal so aus eurer Empfindung interessieren. Wir wissen ja auch gar nicht, was der Grund ist. Erstmal wissen wir ja nur vereinschädigendes Verhalten. Noch hat ja keiner bestätigt, dass es diese Kündigung gibt. Wenn diese Kündigung bestätigt ist, wissen wir ja noch nicht, ob das vereinschädigende Verhalten auf diese Aussage bezogen ist. Wenn es aber um diese Aussage gehen würde, fändet ihr es dann angemessen, das würde ich jetzt mal wissen. Das wäre, weil, klar, wir versuchen dadurch Geld zu sparen, es ist bei uns auch rein spekulativ, aber es würde mich mal interessieren unter den Leuten hier. wie gesagt, unter dem Hintergrund, dass wir das Geld auch sparen wollen, dass es einfach so gezogen wird von uns als Option. Umfrage ist raus. Lukolf, danke für das Stufe 1, aber elf Monate, Digi, fast ein Jahr. Danke dir, mein Lieber. dieses Umgeschalte hier immer, ey. So, unten links. Ja, das habe ich auch schon gesagt in meinem Video. Man könnte die ganzen Transfers von Bobic als vereinsschädigend begründen, aber da wird man wahrscheinlich auch nicht mit durchkommen. Ich kann mich erinnern, wo Streich den Schiri beleidigt hat und eine Strafe zahlen musste. Ist das was anderes und okay? Hätte Freiburg ihn rausschmeißen sollen? Das ist sicherlich auch vereinsschädigend, wenn man offizielle so angeht. Weißt du noch, was der da gesagt hat? Das müsste man mal googeln. Es war ja nicht wirklich vereinsschädigend, es war ein kurzes Interview. Wir kennen ja alle selber unsere emotionalen Ausraster. Oh, Mäppi, was der schon so alles rausgehauen hat in seinen Stadion-Vlogs auf Sprite. Also, würde ich da jede Woche im Interview stehen und ich würde jede Woche verlieren? Ja, Bruder, dann würde ich die Journalisten safe auch irgendwie einmal so angehen. ich finde das schon echt... Mäppi würde auch zum Journalisten sagen, noch so eine Frage und ich scheuere dir eine. Noch so eine Frage und ich scheuere dir eine. Ich habe gestern mit Marta und Dada Geburtstag gefeiert. Also, die Mehrheit sagt, mit 68 Prozent ist richtig, die fristlose Kündigung unter dem Hintergrund der finanziellen Aspekte und immerhin 32 Prozent sagen nein. Krass, das als vereinsschädiges Verhalten zu beschreiben. Es ist klar, Hertha möchte hier zwei, drei Euro in Abfindung bezahlen. Manche finden es gut, manche finden es nicht so gut. Ich glaube, ich würde diesen Weg nicht gehen, sondern lieber den ehrlichen Weg gehen. Daniel, hast du recht? Außer gegen Hamburg. Da haben wir es geschafft. Im Endeffekt, wenn man mal drüber schaut, Friedrich Bruch hat bei uns drei Millionen Euro verdient. Drei Millionen? Ey, das ist doch im Liga gleich und wer weiß, der verdient so viel Geld? Äh, ja, kenne ich so einen Stream-Deck. Ich habe ja immer, ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal eine neue Wohnung habe und ein Streaming-Zimmer, da hole ich mir auch einen Bildschirm und ein Streaming-Deck und so weiter, aber dadurch, dass das hier alles bei uns in der Zwei-Zimmer-Wohnung im Wohnzimmer steht, habe ich das erstmal noch nicht gemacht. Oder das? Also ganz selber, da haben wir uns doch selber mit ins Bein geschossen. Im besten Fall sparen wir uns halt etwas an Abfindung. Im schlechtesten Fall, ja, können wir die Juristen mitzahlen. Ja, jetzt natürlich, wenn man so mal schaut, wenn wir kein Geld für Juristen haben, dann muss Thomas Herrrich das auch noch übernehmen. Der muss alles übernehmen. Im Raum macht das jetzt mal wieder ein bisschen Stimmung. Ich weiß gar nicht. Für unser Image ist das sicherlich nicht gut, dass wir jetzt hier versuchen, diesen unbeliebten Weg zu gehen, vor allem der ja auch national nicht so beliebt ist. Ich bin gespannt. Der ist national nicht so beliebt, der Weg? Also, was da jetzt alles so folgt, ich denke mal, es werden trotzdem einige Kosten für uns entstehen und ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen und Monaten aufbaut und was denn noch an Informationen rumkommt. Und ja, soviel zu meiner Einschätzung zu dieser ganzen Friedi-Bobisch-Thematik. Ist wie gesagt eine recht komplexe Thematik. Viele von euch sind da sicherlich nicht so tief drin. Von daher... Aber Mepi hat den Durchblick. Ich würde mir das niemals anmachen, ich habe überhaupt keinen Durchblick. Es ist für mich alles nur spekulativ. Muss ich einfach sagen. Nehmt die Information einfach wahr. Braucht man nicht mit viel anfangen. Ich bin froh, in den beiden Spielen gegen Frankfurt und das gegen Gladbach. War vielversprechend Schigerci mit einer meiner MVPs. Das stimmt. Goldmann, das habe ich sogar... Ey, so ehrlich war ich in meinem Video. Ich denke, also Goldmann sagt, ich denke für viele ist das okay, weil Bobic gescheitert ist und nichts geklappt hat dazu, das hohe Gehalt. Würden wir so gegen Dardai oder Zecke vorgehen, wäre der Aufschrei groß. Absolut. Habe ich auch selber gesagt. Da habe ich eine Doppelmoral. Ich habe aber auch eine Doppelmoral, weil ja Fredi Bobic selber so vorgegangen ist. Und ganz ehrlich, da denke ich mir einfach so, ey, Pech gehabt. Der ist ja selber so vorgegangen. Gegen Jahrstein. Gegen Dardai. Also, da hält sich mein Mitleid einfach in Grenzen, muss ich sagen. An sich sehe ich es aber genauso wie du. Das habe ich in dem Video ja auch gesagt. Ich finde es lächerlich. Ich fand es am Anfang sogar lächerlich, dass man darüber überhaupt nachdenken kann, für sowas eine fristlose Kündigung zu machen. Aber so ist halt unser Rechtssystem. Ich finde es auch absolut lächerlich, muss ich sagen, weil das ist eigentlich auch komplett am Leben vorbei, wenn einer mal so eine Aussage tätigt. Und man sagt, das ist eine Gewaltandrohung. Ist ja rechtlich so. Aber, ja. Naja. Wie viele Leute hätte ich dann schon anzeigen müssen? Wie viele Leute hätte ich dann im Internet schon anzeigen müssen, was die mir schreiben bei Instagram? Genau, gegen Dada ist er nicht anders vorgegangen. Den hat er gegen Dada ist er doch nicht anders vorgegangen. Er hat ihn auch nicht weiter beschäftigen wollen, ein richtig starker Eindruck, wie er das Spiel organisiert, strukturiert und innerhalb binnen weniger Wochen zu einem absoluten Führungsspieler aufsteigt. Ist wirklich überragend. Von daher, ey, ich bin gespannt, was Weber hier mit uns erreichen kann und ob er auch mit uns vielleicht so ein bisschen die Zukunft formen kann. Bis hierhin wirklich ein ordentlicher Job von Weber. Ich wollte mich auch nochmal für eine Sache bedanken und zwar, wir haben jetzt die 2900 Abonnenten hier auf diesem YouTube-Kanal gechnackt. Dankeschön für die Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten. Es macht unfassbar Spaß, gerade Videos hier zu machen. Ja, wir sind jetzt wirklich auf dem Weg zu 3000 Abonnenten und wir sind auf den Zielgeraden. Das heißt, abonniere ganz gerne diesen Kanal, um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen und mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Starten wir direkt rein mit der zweiten Thematik des Tages und zwar geht es um unsere Verletzten. Wir wissen es, unsere Verletztenliste ist ewigkeitenlang auch noch Er ist verletzten. Mepi das Vertrauen ist wieder da. Für Benni Weber. Pera Juke ist verletzt, ein Peter Pera, ein Willi Kanga, ein Stefan Jautic ist verletzt und Kiernan Sona ist auch verletzt. Ja, es sah sogar fast so aus, als könnte Martin Dali sich verletzt haben. Das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt und wir haben jetzt ein halbwegs volles Team. Aber interessanterweise, das ist mir heute aufgefallen, fehlt eine wichtige Information. Hertha BSC gibt am Anfang jeder Trainingswoche immer bekannt, welche Spieler individuell trainieren, welche Spieler auch ins Team-Trainings rückgekehrt sind. Und jetzt wird es interessant und zwar geht es um Kiernan Sona. Kiernan Sona taucht in keiner Auflistung auf. Vielleicht ist er fristlos gekündigt worden. Oh mein Gott, sie haben, sie haben in Sona gekündigt. Hertha BSC. Momentan trainieren Augustin Rochel, Peter Pekrek, Willi Kanger und Stevan Jovetic individuell. Bei Kiernan Sona und Shidira Jukil fehlt diese Information. Und wir wissen es, in Sona war eigentlich schon lange in diesem individuellen Zyklus drin, ähnlich wie Shidira Jukil. Das kann jetzt zwei Sachen bedeuten. Zum einen, man schaut, inwiefern dort vielleicht schon eine Implementierung des Mannschaftstraining sinnvoll ist. oder zweitens, man wartet ab und es gibt möglicherweise einen Rückschlag. Ich wünsche mir, dass Kiernan Sona so schnell wie möglich in dieses gottverdammte Mannschaftstraining zurückkehrt. Der Mann, der hat seit zweitens Dieses gottverdammte Mannschaftstraining. Das ist immer so geil. Kennt ihr das aus englischen Filmen, Serien etc.? Die sagen dann so das F-Wort auf Englisch und wenn wir es übersetzen, sagen sie immer Gottverdammt. Das finde ich auch immer sehr nice. In Sona wird die Geheimwaffe in Dortmund, stell dir das mal vor, er ist schon fit, er wurde die ganze Zeit vorbereitet und jetzt spielt er auf einmal in Dortmund. ...eineinhalb Jahren keinen Ball mehr berührt. Wir haben ihn im letzten Winter verpflichtet. Das ist jetzt vor einem Jahr gewesen. Das war nicht dieser Winter, sondern letzter Winter. Das ist Ewigkeiten her und ich habe ihn noch nicht einmal am Ball gesehen. Natürlich muss man hier auf Redi Bobic kritisieren, was das auch schon wieder für ein komischer Transfer war. Aber trotzdem, ich wünsche mir, dass dieser Junge so schnell wie möglich in das Training eingegliedert wird und vielleicht mal vielleicht ein Spiel machen kann. Nur ein Spiel will ich sehen. Aber bis hierhin ist das echt fragwürdig. Ich hoffe, dass in Sona, wenn es dann in den kommenden Tagen neue Informationen gibt, dann bin ich mir sicher, mit guten Informationen hier ankommt. Ich hoffe, dass es kein Rückschlag oder so. Ihr seid so fies, Alter. Perry schreibt, gibt es diesen Sona überhaupt? Vielleicht ist der ja nur irgendein Posten für die Bilanz. Kann sein. Die haben einfach irgendeinen Random-Typen genommen, den fotografiert und ein paar Mal Model-Aktionen machen lassen. Wir sagen einfach, das ist ein Spieler von uns und dann tun wir so, als ob er einfach durchgängig verletzt ist. Das ist doch geil, Alter. Einfach mal 800.000 irgendwo auf ein Offshore-Konto überwiesen und fertig. Und das Gleiche auch für Juki. Bei Juki gibt es auch noch keine Informationen. Auch er ist ein wichtiger Faktor in unserer Offensive. Ich bin gespannt, ob er vielleicht auch in diesem Momentan 3-5-2-System funktionieren könnte. Und da bin ich gespannt, was folgt. Übrigens, Peter Pegrek ist wieder im Team-Training. Geile Sache, war jetzt lange Zeit verletzt. Da bin ich gespannt, was Peter Pegrek für uns leisten kann. Ist ja auch nochmal so ein alter Mann. Nochmal eine gute Ergänzung, ein erfahrener Mann für den Abschiedskampf extrem wichtig. Hat auch in den letzten Jahren einen guten Abi geleistet. Und zwar kommen wir jetzt auch schon zur letzten News des heutigen Tages. Und zwar kehrt ein alter Bekannte zurück. Samia Lagui. Samia Lagui kehrt zurück zu Hertha BSC. Er wird die Aufgaben von Thomas Westfall übernehmen. Er kennt die Abläufe des Profiteams, spricht mehrere Sprachen, hat lange Zeit bei Hertha BSC gedient, ist ein absoluter Teamplayer. Gedient? Als ob wir bei der Bundeswehr sind. Und mit seinen fachtlichen Qualitäten wird er uns sicherlich verstärken. Das war etwas, was Benjamin Weber gesagt hat. Mehr härter DNA. Ja, so nennt man das ja oft mal momentan. jetzt für uns, er übernimmt halt die Rolle von Westfall. Ich kann mir vorstellen, dass er auch schon mal einen guten Draht zum Team haben könnte. Ich sag's euch, wir brauchen Nemanja Pecinovic zurück in dem Verein. Keiner impliziert im Namen mehr härter DNA als dieser Mann. Ich weiß einfach noch, als wir damals noch alle zusammen als Schüler mit unseren Dauerkarten ins Stadion gegangen sind und da musste man immer richtig sparen auf dem Trikot oder sich das zum Geburtstag wünschen und mein Kumpel einfach so, oh geil, Neuzugang nach dieser Fastmeistersaison. Der ist bestimmt richtig geil. Ich hol mir ein Trikot von Pecinovic, Alter. Der Typ wurde die ganze Saison nur ausgelacht für dieses Trikot. Ich war allgemein jetzt öfters unterwegs auf unserem, ich sage mal auf unserem Trainingsgelände habe ich ihn ja öfter gesichtet. Ja, als Teammanager wird er ein wichtiges Bindemitglied zwischen Trainerteam, Spieler und auch dem Staff sein und zum Beispiel auch dem Benjamin Weber und ich glaube, dass Samuel Lager diese Rolle gut ausführen kann. Hat bei Hertha gespielt, mehr Hertha Identität. Dann muss er es ja können. Kennt diesen Verein und die ganzen Bobic, Lemminge und Lakaien, die gibt es halt momentan nicht mehr. Da gibt es leider noch sehr viele von, leider. Ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt und das war es auch mit diesem Video. So viel zu Samuel Lager, so viel zu den heutigen Hertha News. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr da seid, lasst gerne ein Like da. Morgen gibt es von mir einen Livestream. Wer ist denn in dieser Westphal? Muss man den kennen? Nie gesehen den Typen und nie was gehört. Der war halt vorher Teammanager und den hat Bobic mitgebracht. Ganz am Anfang gleich. Es gibt endlich mal wieder einen Livestream. Jeden Donnerstag versuche ich jetzt live zu gehen. Ey, bis dahin. Genießt all diesen Tag. Genießt den Abend. Wir sehen uns. Wie ein Jarek-Trikot. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich weiß noch, als Mark Stein bei uns gespielt hat. Erstmal schmeiße ich euch den Link von Meppi rein. Mark Stein, ich schwöre es euch, der war ja in unserer Fast-Meistersaison da, der war so schlecht für einen Profispieler, wo ich wirklich dachte, Alter, der hat höchstens, damals war ich ja noch selber jung und frisch, ich schwöre es euch, der war am Ball so schlecht, ich dachte, der hat Viertliganiveau. Das Kranke war aber, wir haben ja Mark Stein von Hansa Rostock verpflichtet und da hatte er vorher ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Wahrscheinlich haben wir ihn deswegen auch verpflichtet. Untertitelung des ZDF, 2020